moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen video kurs hier auf meinem kleinen kanälchen also klein ist ja gar nicht mehr und zwar mit dem klangvollen titel approximation mit fuyerein ich möchte kurz so einen ganz kleinen überblick geben was wir machen wollen das ganze so ein bisschen motivieren und danach ja so ein bisschen darauf eingehen wie das ganze so erscheinen soll ich habe dann nicht mal so halbwegs einen plan hoffe ich und wir gucken einfach mal rein denn im wesentlichen ist das ganze ding schon geschrieben das ist das schöne an diesem diesem versuch nicht irritieren dass da nur zwei kapitel waren ich habe das natürlich schon ein bisschen gestutzt aber wir wollen zunächst mal ein bisschen die idee erklären was wir überhaupt machen wollen und zwar wir wollen uns anschauen wenn wir ein gegebenes periodisches signal haben das ist die physikalische sprache dahinter wie kann ich das bestmögliche in harmonische schwingungen zerlegen weil harmonische schwingungen sind ja einfachere schwingungen das heißt ich habe ein kompliziertes periodisches signal egal wie das aussieht und ich möchte das in harmonische schwingungen der bauart sinus und cosinus zerlegen das klingt auf den ersten blick vielleicht jetzt nicht ganz so spannend hat aber tatsächlich relativ viele praktische anwendungen auch da wo man es unter umständen gar nicht erwartet man kann das irgendwie zum beispiel benutzen in der datenanalyse muster erkennung sowas in der art und weise wenn man einfach nur sprachdaten verarbeiten möchte ist das halt immer etwas was im hintergrund passiert gut das ist eigentlich eine schnelle foyer transformation die davon passiert aber irgendwo muss man ja mal anfangen wenn ich was komprimieren will das ist auch wieder auf der gleichen basis halt irgendwas etwas mit foyer rein zu tun hat wenn ich irgendwie ton und bild daten digitalisieren will was ja häufig mit einer datenkompression einhergeht oder wenn ich bilder verarbeiten möchte und da kommt sowas auch vor das hat jetzt auf den ersten blick halt überhaupt nichts mit schwingungen mehr zu tun aber letzten endes ist das was da passiert auch wieder nur ein zerlegen eines sehr komplexen signals eines bildes in möglichst einfache grundbestandteile die dann effizienter gespeichert werden können das heißt mathematisch gesehen wollen wir im prinzip komplizierte funktionen durch relativ einfache basis funktionen approximieren und in unserem fall im fall der foyer rein handelt es sich dabei um sinus und cosinus schwingungen also sinus von kx cosinus von kx und dann summen aus linear kombination dieser funktion sowie gliedert sich das ganze na ja erstmal müssen wir so ein bisschen den arbeitsgegenstand fassen mit dem wir hier arbeiten wollen das heißt zunächst mal führen wir formal foyer rein ein und dann gucken wir was passiert mit der konvergenz dieser rein also man kann jetzt natürlich sagen okay wir haben irgendwie eine funktion f und wir führen da irgendwie eine reihendarstellung ein dann ist natürlich a priori nicht klar konvergiert die überhaupt und wenn die konvergiert konvergiert die punktweise gleichmäßig oder sonst irgendwie ja das heißt wir wollen hier in kapitel 1 erstmal formal hinschreiben was das ist kapitel 2 ist ein technischer zwischenbau kapitel 3 beschäftigt sich dann damit wie konvergieren die gleichmäßig und das können wir dann verallgemeinern und zum beispiel den weyerstraßchen approximationssatz rausziehen den können wir mithilfe von foyer rein beweisen das heißt dann haben wir zumindest schon mal die sache für polynome geklärt das ist ja auch schon mal was nettes um dann so ein bisschen diesen weyerstraßchen approximationssatz aus dieser theoretischen ecke zu holen weil wir werden halt im wesentlichen zeigen es gibt eine funktion aber wir werden nicht sagen wie die aussieht aber das kann man dann trotzdem machen nämlich mit dem bernsteinpolynomen kapitel 6 werden wir uns die eben genauer angucken da auch so eine kleine brücke richtung wahrscheinlichkeitstheorie schlagen nicht zu wild keine panik und dann kommen wir zu punktweisen konvergenzeigenschaften die schwieriger zu beweisen als gleichmäßige das liegt in der natur der sache weil bei punktweise haben wir weniger als voraussetzung gegeben und zum schluss wollen wir funktional analytisch auf foyer reingucken und damit den kurs abschließen auch wenn da natürlich logischerweise nicht alles zu foyer reingesagt ist aber dann haben wir zumindest ein rundes bild und ich habe ein endliches projekt und insbesondere schlägt diese funktional analytische betrachtungsweise die brücke rüber zu den grundlagen der funktional analysis und damit ist das quasi so eine art folgekurs der so in der gleichen tradition steht wie die topologischen grundlagen aber halt parallel zu dem gesehen werden kann also ihr müsst jetzt nicht den topologischen grundlagen der fa durcharbeiten um hier mit der approximation mit foyer rein durchzukommen sondern die stehen so ein bisschen nebeneinander weil hier brauchen wir eigentlich wenig topologie und im umkehrschluss braucht ihr für die topologischen grundlagen keine foyer rein dort ist also steht so schön parallel nebeneinander was ihr braucht es halt so wieder so ein bisschen back around in der analysis so an a123 und die fa ist halt natürlich schon ganz sinnvoll weil viele begrifflichkeiten einfach vorkommen insbesondere solltet ihr wissen was ein lp raum ist das ist irgendwo logisch weil um die wird es hier schwerpunktmäßig gehen wir haben wieder eine webseite für diese für diese ganze spielerei hier und zwar ist das mittlerweile nicht mehr im schulte minus mathematik punkt de sondern punkt ruhr r uhr hat finanziell technische gründe weil ich mit dem anderen anbieter nicht mehr zufrieden war ist auch vollkommen wurscht steht unten in der beschreibung da findet ihr wie immer das skript im skript sind verlinkungen auf diverse applets mit drin also auf geogebra applets vielleicht schreibe ich die auch noch mal einfach auf die webseite mit drauf und ihr findet da auch die playlist sowie wenn ich das hinkriege eingebettet dieses video sozusagen als kleiner teaser als einleitungs video und ich hoffe jetzt einfach mal wenn das video erscheint wird es glaube ich der 28 11 oder 29 irgendwas sowas dass wir so ab dezember und wochenrhythmus hinkriegen von viertelstunden videos das ist wieder ein schritt zurück aber irgendwo muss ich halt auch mal wieder anfangen wenn ich merke dass ich gut in der produktion bin dann kann man das auch auf zwei videos pro woche erhöhen ich möchte euch aber trotzdem nicht zu viel versprechen es soll jetzt erstmal wieder so ein regelmäßiger fluss kommen an videos das halt jetzt nicht wieder so eine lücke ist wie jetzt das halt irgendwie sieben monate pause ist mir geht das selber immer auf den sack aber es ist einfach so dass ich halt nach 40 stunden arbeit und nach einem anderen und ein bisschen freizeitausgleich halt auch nicht immer lust habe viel zu machen so das heißt das ist so ein bisschen die der kompromiss wie gesagt das schöne ist das skript ist fertig das heißt ich werde das jetzt ein peu a peu abarbeiten und dann schauen wir einfach mal wie sich das einspielt gut dann bedanke ich mir sehr fürs zuschauen wenn ihr fragen habt oder kommentare schreibt mir das gerne unten drunter oder guckt auf die webseite da gibt es auch wieder eine e mail adresse die halt auch im skript verlinkt ist wie immer und dann bleibt mir nur zu sagen ich freue mich drauf habt eine schöne zeit bleibt gesund und tschüss